Franz Beckenbauer, Grabdiebstahl nach seinem Tod, pietätlos und beschämend. Fußballlegende Franz Beckenbauer wurde auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst beerdigt. Doch schon kurz nach der Beisetzung wurde ein Geschenk des FC Bayern München gestohlen. Franz Beckenbauer, FC Bayern Geschenk geklaut. Auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst sollte Franz Beckenbauer, 78, seine letzte Ruhe finden. Nachdem die Fußballlegende am 7. Januar verstorben war, wurde Beckenbauer am Freitag, dem 12. Januar beerdigt. Zur privaten Trauerfeier war lediglich der engste Familienkreis geladen, wie Bild berichtete. Beckenbauers ehemaliger Verein, der FC Bayern München, ließ dem Kaiser, wie der Profi-Kicker liebevoll genannt wurde. Dennoch einen letzten Gruß zukommen. Ein großer Kranz aus gelben und roten Rosen wurde am Grab des Fußballfunktionärs niedergelegt. In der Mitte des Kranzes war eine rot-weiße Schleife angebracht, auf der zu lesen war, Danke Franz, dein FC Bayern München. Doch von der liebevollen Widmung fehlte schon am Samstagmorgen, 13. Januar, jede Spur. Tätern droht Bußgeld. Auf Nachfrage der Tageszeitung beim für Münchens Friedhöfe zuständige Gesundheitsreferat erklärte man lediglich, dass man nichts von einer geklauten Schleife wisse. Dass der Diebstahl noch aufgeklärt werden könnte, hielten die Verantwortlichen ebenfalls für unwahrscheinlich. Dass es sich bei der vermissten Schleife um eine Straftat handelte, lag auf der Hand, denn grundsätzlich stellt ein rechtswidriges Entwenden von Grabschmuck oder ähnlichem ein Verhalten dar, welches nicht der Würde des Friedhofes entspricht und somit gemäß 43 Abs. Eine Nummer 1 der Friedhofssatzung mit einer Geldbuße belegt werden kann.